und herzlich willkommen zum sechsten part von und zwar wollten wir im letzten part beinacht okay die welt hat gerade nicht geladen etwas erkunden gehen ich habe euch ja hier schon die base zum halbwegs gezeigt eigentlich nicht aber egal so ein bisschen diese biome wo hier oben sind was hier abgeht ja deswegen brauche ich euch das jetzt ja auch nicht mehr zeigen wir sind dann wollten da jetzt ja mal exploration at night machen und dann fahren denke ich fahren wir einfach mal los der wandering trader ist wieder unsichtbar das machen die boys ja mal gerne das ist ja auch creepy wenn hier so auf der insel steht und dann nicht so beobachtet während ich in meiner base irgendwas machen der guckt einfach nur von der insel auf die base rüber und ich wollte mit absicht bei nacht etwas mich umgucken in der welt weil es bei tag etwas langweilig ist ich würde ich denke mal wir fahren einfach irgendwo mal hier so in die richtung da müssten wir doch eigentlich müsste ich nicht absteigen müssen ist die alte base hallo alte base hier müsste ich eigentlich nicht aus meinem brot wahrscheinlich steige ich von einem boot ab nicht aus meinem boot aussteigen müssen meine ich weil ich müsste eigentlich ein fluss sein wo ich rüberfahren dürfte könnte wollte mache was glaube ich eigentlich ja okay ja ja genau hier ist es so mal gucken vielleicht finden wir irgendwas ich habe meine fackel in der offhand deswegen wird hier jetzt auch alles schön hell wo ich hinfahre wir können es an den großen berg orientieren dann müssten wir eigentlich wieder zurückfinden aber ich weiß ja auch so grob die richtung die zombies chillen auf der insel ist gar keine insel aus hier hinten nix hier sind wieder bäume ohne blätter aber nicht wirklich viele dieses mal da ist unter wasser tempel aber da will ich nicht wenn ich keine unter wasser atmung posten habe hier ist wieder so ein biome da will ich fahre mal hin ich mache jetzt hier mal gar nicht hier einfach wie fit warum sind da wölfe das ist ja nicht wirklich ein biome das sind ja wirklich die einfach die blätter weggerotzt worden von dem baum hallo können wir aufhören oh mein gott oh mein gott ich habe mich so hart erschreckt hat hier hinten ist noch so ein paar von den bäumen ist nein du gehst jetzt nicht in mein boot rein nein nee 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 aber das geht ja auch irgendwie nicht weiter dieses biome oder ich weiß nicht geht es weiter ich warte mal hörte diesen sound ist ja mal ganz ruhig ich verstehe euch das dann das ist kein minecraft sound oder jetzt hockt er doch in meinem boot also jetzt mal ehrlich das ist doch kein minecraft sound oder die sind überall zombies oh nein 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 wo ist der der tue in dem loch oder was machst du ich bin gestorben okay dann müssen wir uns jetzt wohl oder übel ein anderes boot machen bitte lass mich noch ein bisschen holz haben dass ich noch ein boot habe ja okay ich habe noch genug holz so dann machen wir uns jetzt mal zur sicherheit keine ahnung wie viele boote zwei wir machen uns mal zur sicherheit zwei boote dass ich noch eins habe ja dann fahren wir da wieder zurück und dann nehme ich mein anderes boot wieder mit weil ich weiß jetzt ja in etwa wo das war so da ist ein creeper bitte sehe mich einfach nicht okay ich bin gestorben herr kann ich wusste gar nicht dass ich mich auch töten kann aber jetzt haben wir es rausgefunden die nacht ist auch bald schon wieder vorbei oder alle und die warte mal alter was war das für ein sound ich habe mich so hart erschreckt gerade das sind niemals film sounds das sind keine sound in minecraft warte mal mond geht hinter mir auf dann kommt mond hin ja okay doch dann geht der mond dann geht der mond auch wieder da und da ja okay ich dachte wir haben die nacht erst angefangen aber das wäre ein bisschen arg lang gewesen aber ne ich höre diesen sound ne doch nicht das ist ein auto bei mir draußen der januar wie diese von hero brine jungen sind das sind 80.000 hero brines ey kannst du mal weggehen bitte hallo hero brine das warum sind da so viele hier breins da oben ich gehe einfach weg hier nee 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 hier sind fünf vier breins oder so ich weiß dass es nur ein bug ist dass hier brein eigentlich nur einmal sparen soll nach vorne ist mein anderes boot hier dann soll eigentlich nur einmal sparen und es parkt halt deswegen spawnt er jetzt ein paar mal aber das ist ich sag euch jetzt mal so ich finde ein hero brine ist gruseliger wenn er also wenn er jetzt irgendwie von hier ab wenn hier 50 stehen der zombie steht immer noch in meinem boot dann nehme ich einmal dieses boot wieder mit und dann fahren hallo der fisch bremst mich alter so mr zombie so dann dürfte ich einmal ihr boot mitnehmen vielen dank für die blumen vielen dank ich gehe jetzt weil diese ganzen da ist schon wieder so ein bald ohne blätter ne 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 ich falls ich war weg hier ist eine insel ich gucke mich hier nur um es ist irgendwie schön hier hinten da ist noch eine insel nein da ist eine wasser pyramide seht ihr die oder was jetzt hier seht ihr die da ist so eine pyramide nein alter ich gucke mich hier da ist noch eine da sind zwei da hinten ist auch eine okay ich glaube das heißt es auch für mich dass ich vielleicht ist langsam doch wieder umdrehen sollte obwohl wir noch ich denke wir laufen hier einfach mal ein bisschen rum auf der insel vorne nein da ist schon wieder so ein wald ohne blätter ne da gehen wir jetzt hin da gehen wir hin und dann beende ich die folge oder vorne oder so nun geht der mond schnell unter der macht einfach ich bin zu dumm ich habe jetzt ja zwei boote deswegen kann ich nicht mein boot da vorne auch stehen lassen dann bräuchte sind es nicht mitnehmen wieder aber guckt euch das mal an sogar 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 wie heißen die schwarzeichenbäume nein 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 da ist wieder so ein kreuz willst du mich verarschen oder da ist noch eins von warum genau hier wo ich jetzt hinfahre ich war ja noch nie warum genau hier dieses kreuz ist nicht von hier rein ich weiß dass null oder nah diese kreuz macht aber nicht hier das hätte ich vielleicht nicht tun sollen aber nicht hier brian der tut es nicht das ist nur ich gehe hier ich gehe weg bock hier ich glaube sagen wir mal ein bisschen in die richtung weiter vorne sieht auch sehr vielversprechend aus wenn ich kann sagen ja wir sprechen zum vor der mensch kriegen weil ich runterfall zum vorgeist kriegen ja aber an dieser stelle würde ich dann auch dieses video werden ich hoffe es hat euch nicht gefallen lasst gerne gleich und abo da ciao bis nächstes video euer joshi abonni